Hallo und herzlich Willkommen zu Deutsch mit Martin Vokabular. Heute präsentieren wir Ihnen fünf unterschiedliche Arten zu gehen. Nummer eins, marschieren. Dieses Verb ist regulär, also marschierte, ist marschiert. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Nummer zwei, schleichen. Dieses Verb ist stark, also schleichen, schlich, ist, geschlichen. Nummer drei, hinken. Hinkte, hat gehinkt. Nummer vier, trampeln. Trampelte, hat getrampelt. Und das bedeutet eigentlich einfach gehen und dabei viel Lärm machen. Und Nummer fünf, torkeln. Torkelte ist getorkelt. Danke fürs Zuschauen, Leute, weil ihr euch schon wartet. Töööö. 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 Töööö.